Habe ich aus dem Müll geholt? Mit der Bild-Zeitung hole ich immer nur aus dem Müll, ausschließlich. Also ich habe da Geld für Auszeit, meine Frau hat das schon jahrelang für mich immer. 18. Januar 24, Bild-Auszeit 9. Lieber Thomas, das ist eine Nachricht an dich. Nutria-Bande überfällt Bull Terrier, Ersteckte in ihrem Baufest. Die Feuerwehrretter beruhigen den sichtlich geschockten Bull Terrier. Ausgewachsene Nutrias können einen Meter lang werden und wiegen bis zu 10 Kilo. In dieses Rohr war der Bull Terrier gekrochen und im Schlamm stecken geblieben. Bruno Tschechien, dieser Terrier, erlebte beim Gassigang den absoluten Horror. Er entdeckte ein Rohr, wollte es neugierig erkunden und verschwand darin. Doch dann steckte der Rüde fest und wurde im Untergrund angegriffen. Denn in dem Rohr hatten sich Nutrias breitgemacht, die den ungebetenen Gast sogar nicht willkommen heißen wollten. Die Biberratten attackierten und bissen das überraschte Tier. Mit diesen aggressiven Feinden hatte der Bull Terrier ganz offensichtlich nicht gerechnet. Er bellte und wimmerte ängstlich in dem engen Stahlbetonrohr. Jetzt war höchste Gefahr im Verzug. Der Halter rief die Feuerwehr. Die rückte mit mehr als 10 Kameraden an, um das Tier zu retten. Sie gruben mit Schaufeln den Weg für den Hund frei und konnten ihn letztlich aus seiner hoffnungslosen Lage befreien. Während der einstündigen Rettungsaktion verzogen sich die Nutrias. Der gebissene und stark verschmutzte Hund kehrte schließlich in die Arme seines Besitzers zurück. Und das Rohr werden wohl beide künftig einen großen Bogen machen. Cash Money Die große Affe Die blöde Frau Die blöde Frau Die blöde Frau